Es ist kalt, wenn Sie sehen, dass in China bis heute Hinrichtungen gemacht werden, öffentliche übrigens. Also es gibt dann Stadien, da werden Menschen hineingelassen und es werden Menschen vor Augen dieser anderen, wie im alten Rom könnte man fast meinen, hingerichtet. Das Beispiel mit dem alten Rom ist nicht so verkehrt. Es wird überall auf der Welt finden Hinrichtungen statt, auch in Amerika. Zum Teil mit Giftspritzen, zum Teil mit dem Fallbeil. Auf die verschiedenste Art und Weise werden Hinrichtungen vollzogen. In China war das ganz schlimm. In früheren Jahrhunderten, da wurden Menschen gevierteilt. Aber heute werden sie noch öffentlich hingerichtet in einer Zeit, in der man glauben sollte. Ja, öffentlich oder hinter verschlossenen Türen. Hinrichtung bleibt Hinrichtung. Ich war immer ein Gegner der Todesstrafe, bleibe ich auch. Aber Hinrichtung bleibt Hinrichtung. Aber Sie würden denn noch nicht über dieses Thema beispielsweise mit den Chinesen reden? Ist das mein Bier, mit denen zu reden? Bin ich ein Lehrer für die Chinesen? Warum nicht? Nein, warum sollte ich das sein? Das ist Anmaßung, anderen Völkern beizubringen, wie sie zu leben haben. Aber hier ist die Frage, wie sie gehört ist. Auch wenn Sie nicht mehr, wie sie nicht mehr, indem Sie complaints, bis sie arbeiten ist.